Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Nach drei Jahren Pause kehrt die UFC mit die Ultimate Fighter zurück. In dieser Episode erfahrt ihr alles, was ihr über Tuff wissen müsst und über Brian Otega vs. Alexander Volkanovski. Deshalb viel Spaß bei dieser Episode. Lasst vorher aber gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr es auf YouTube hört oder ein Follower bei Spotify oder eine Bewertung bei iTunes. Ja Leute, Tuff kehrt zurück. Drei Jahre nach der letzten Staffel. 2018 die letzte Staffel und eine so große Pause, also drei Jahre Pause, gab es bei Tuff noch nie und das seitdem die Serie überhaupt schon seit 2005 existiert. Die letzte Staffel war Robert Whitaker und Calvin Gaslum, davor Stipe gegen Cormier und das war der erste Fight zwischen Stipe gegen Cormier. Worum geht es aber jetzt überhaupt bei dieser Sendung? Bei Tuff coachen zwei Kämpfer, zwei UFC-Fighter, jeweils ein Team an Kämpfern. Diese Teams treten gegeneinander an, diese Teams wohnen auch gemeinsam in einem und demselben Haus, also quasi wie ein Big Brother, bloß mit Kämpfen und mit einem UFC-Vertrag zum Schluss. Und nicht nur die Kämpfer kämpfen gegeneinander, sondern auch früher oder später die Coaches. Es gab ganz wenige Staffeln, bei denen es Ausnahmen gab, das heißt nicht immer kämpfen die Coaches gegeneinander, aber in der Regel schon, so wird es auch jetzt bei Brian Otega und Alexander Volkanovski sein. Wie gesagt, Brian Otega und Volkanovski sind die Coaches, die beiden kämpfen im Federgewicht, das heißt aber nicht, dass sie Federgewichte coachen, sondern sie coachen einmal Bantam-Gewichte und Mittelgewichte. Es gibt die allermeiste Zeit, auch zwei Gewichtsklassen, aber das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also wir hatten einmal zum Beispiel das Women's Flyweight, da gab es dann auch einen neuen Champion, dieser Champion wurde tatsächlich bei Tuff gekürt und es gab aber auch oft zwei unterschiedliche Gewichtsklassen. Wir hatten Lightweight und das weibliche Strohgewicht hatten wir auch schon gleichzeitig, ne? Da gibt es nicht unbedingt einen Zusammenhang, aber es gab schon so einige Kämpfer, die durch Tuff den Sprung in die UFC geschafft haben. Und wenn ihr merkt, was für wahnsinnig starke Kämpfer das sind, das wäre zum einmal ein Atem Lobhoff, okay, das als Running Gag, aber Kamaru Usman, der kam durch die Show, der kam durch Ultimate Fighter in die UFC. Rose Namajunas kam ebenfalls dadurch in die UFC. Tony Ferguson, TJ Dillashaw, Michael Bisping, also ihr merkt schon, alles voll mit ehemaligen Champions oder zumindest Leuten, wo man gesagt hat, die werden um den Titel kämpfen. Diese Staffel ist niemand aus deutscher Beteiligung dabei, das war in der Vergangenheit schon anders, wir hatten schon öfter deutsche Kämpfer, die bei Tuff dabei waren, dieses Mal nicht, aber nichtsdestotrotz dürfen wir uns auf eine spannende Staffel mit viel Drama freuen. Also bei Tuff gibt es auch immer Drama, Dana White, der dann die Ansagen verteilt, wenn ihr wirklich Kämpfer sein wollt, dann zeigt mir das oder Kämpfer, die frustriert sind. Und viele MMA-Fans kennen diesen Running Gag, wie einer der Kämpfer am Weinen ist und sagt, let me bang, bro, das gibt es auch nur bei Tuff und auf diese Serie kann man sich wirklich freuen. Ich weiß noch nicht, wo man die Serie schauen kann, entweder The Zone oder auf dem UFC Fight Pass, eines von beiden wird sein. Ich persönlich tippe auf UFC Fight Pass, aber ich selber weiß da auch nichts Genaues. Freut euch auf jeden Fall auf die neue Staffel Tuff. Brian Ortega vs. Alexander Wolkanowski und dann würde ich sagen, hören wir uns bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.